Hamburger Sportverein in der Vorbereitung, mein Treffen mit Julian Pollersbeck, darüber berichte ich in diesem Video. Ihr seid auf dem Kanal Fußballtraining für mehr Erfolg und ich bin Oliver und wir wollen gleich mal loslegen. Also das Treffen mit Julian Pollersbeck, das war kein geplantes Treffen, aber es war cool ihn getroffen zu haben. Ich habe auch eine ganze Zeit lang, bestimmt mehr als 10 Minuten mit ihm gesprochen. Ich habe ihm 3-4 Fragen gestellt, er hat unheimlich viel von sich selbst erzählt, was ich unheimlich toll fand. Und ich kann auch nach dem Gespräch nur sagen, Julian Pollersbeck, absolut super Typ, super authentisch, super ehrlich. Und er hat mir einiges erzählt, ich habe ihn natürlich gefragt, ja was war denn los mit euch, warum habt ihr es nicht geschafft? Und da hat er halt auch gemeint, es gab einige wichtige Faktoren, die am Ende dann zusammengekommen sind, warum es nicht geklappt hat. Unter anderem war er auch sauer auf sich selbst, dass er dieses Knackpunkt-Spiel Darmstadt, das war auch für ihn der Knackpunkt. Der meinte auch, dass er sauer auf sich selbst ist, weil er diesen blöden Freistoß reingelassen hat. Und man hat ja da 2-0 geführt, dann hat man das Ding aus der Hand gegeben, war am Ende noch verloren, das war so ein Knackpunkt. Er sagte auch, vorher hat man ja in St. Pauli 4-0 gewonnen und da war man sich schon sicher, die Mannschaft war sich sicher, dass sie den Auftick schaffen wird. Und sie war ja auch gegen Darmstadt diese 20 Minuten, wo man 2-0 geführt hat, klar dominant. Da hat man dieses Übergewicht im Mittelfeld gehabt, man hat es ausgenutzt, man hat 2 Tore gemacht, aber man hätte dann nachlegen müssen und hätte nicht nachlassen dürfen. Aber das war so ein Punkt. Dann meinte er natürlich, dass Aaron Hunt gefehlt hat in so vielen Spielen. Das hat dann auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft einfach nicht diese Führung im Mittelfeld hatte durch Hunt. Denn er hat gesagt, immer wenn der Aaron dabei war, haben wir eigentlich unser Spiel gewonnen. Und das stimmt ja auch am Ende, wenn man sich es anguckt, dann war Aaron Hunt in vielen Spielen nicht dabei und da hat der HSV fast immer verloren oder schlecht ausgesehen. Dann meinte er natürlich auch, es gab ein bisschen Substanzverlust dann zum Schluss, auch bedingt durch die Pokalspiele. Da hat man sich auch viel vorgenommen, man hat ja auch gegen Leipzig ein einigermaßen gutes Spiel hingelegt. Und aber er meinte auch, da hat man auch Substanz verloren und hat es dann vielleicht auch zu sehr leicht genommen nach dem St. Pauli-Spiel. Und deswegen dann, also das waren so ein paar Gründe, die er genannt hat. Auf jeden Fall, alles kann ich auch nicht sagen aus Seriositätsgründen ihm gegenüber. Auf jeden Fall, das waren so ein paar Aussagen von ihm. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, jetzt hat der HSV Heuer-Fernandes geholt, wie sieht es denn aus, verlässt du jetzt den Verein? Nein, da ist er erstmal gar nicht drauf eingegangen, hat gemeint, nee, nächste Woche ist wieder Training. Damit war jetzt der Montag gemeint, der HSV ist ja wieder in der Vorbereitung. Und dann bin ich nochmal drauf eingegangen, nochmal nachgefragt und da meinte er, naja, hat er so salopp gesagt, da haben sie halt noch einen geholt. Und er hat dann mir auch versichert, dass er den Kampf aufnehmen wird um die Nummer 1 und das finde ich richtig gut. Das habe ich ihm auch gesagt, denn er ist ja Sportsman. Ich habe ihn auch befragt, was ist denn mit dem Torwarttrainer, hat es vielleicht daran gelegen, dass du, wie man dir nachsagt, nicht richtig fit warst? Und da hat er gesagt, ja, weißt du, die Zeitung, die schreibt immer viel, es stimmt überhaupt gar nicht, ich bin fit und das nehme ich ihm auch ab. Das Einzige, was ich persönlich, wenn ich mit ihm arbeiten würde, an ihm versuchen würde zu verbessern, ist einfach seine Kraft noch. Seine Kraft, gerade hier, was die Armkraft angeht, ja, dass er noch vielleicht ein bisschen kräftiger ist, noch mehr Schüsse, mehr Distanzschüsse, noch besser parieren kann, noch einfach da noch athletischer wirkt vielleicht, denn wenn ihr euch dann anguckt, er ist schon ziemlich schmal und da könnte er noch nachlegen. Aber er meinte, mit seinem Torwarttrainer passt alles, das hat alles gepasst und stimmt und das nehme ich ihm auch ab. Auf jeden Fall, Julian Pollersbecker, ein absolut super Typ, super authentisch, richtig lieber Kerl, der auch viel erzählt, also nicht blödes Zeug, sondern einfach ehrlich, auch wenn man dann da ist und da geht er einfach ehrlich drauf ein, auf die Fragen und ich fand es einfach richtig klasse, dass er, wie er sich verhalten hat und wie er auch die Situation jetzt bewertet. Er hat auch gesagt, dass es der Mannschaft unheimlich leid getan hat. Er hat auch selbst die Fans dann gesehen, die weinten Fans, die dann traurig waren, das hat ihn auch sehr berührt, das hat er mir auch nochmal gesagt und das kam auch sehr ehrlich rüber und es ist nicht so, wie es oft dann auch von der Presse dargestellt wird, dass denen eh alles scheißegal ist, es geht ihm alles am Arsch vorbei, das stimmt überhaupt gar nicht. Also wenn man in solchen Gesprächen ist, wenn ihr auch in solchen Gesprächen seid und mal die Leute und die Spieler mal richtig kennenlernt, das waren zwar nur etwas mehr als 10 Minuten, aber dennoch reicht es aus, um auch sagen zu können, ey, was da geschrieben wird oder das kommt nicht so rüber, ja, es ist nicht so, wie es oft von der Zeitung angedichtet wird oder geschrieben wird, das habe ich ja schon oft gesagt, die Presse muss man immer mit, wirklich, muss man vorsichtig betrachten, was da oft geschrieben wird. So, jetzt gehen wir mal drauf ein, der HSV von dem Jonas Bolt, da habe ich ja auch den Namen im letzten Video falsch geschrieben, da wird ja auch dann immer wieder gesagt, ja, unser Anspruch kann nur sein, wieder den Aufstieg zu erreichen, aber dafür braucht es eines, es braucht Tore in der neuen Saison und man muss Spieler haben, die Tore schießen. Wir hatten ja, sind ja schon drauf eingegangen, in den letzten Videos, da war ja schon, stand ja schon fest, dass Lukas hinterseher kommt mit 18 Toren vom VfL Bochum. Jetzt hat man auch nochmal nachgelegt, man hat nämlich Sonny Kittel geholt, das Ingolstadt, der war ja ablösefrei, Mittelfeldspieler, der auch Freistoß, mit Freistößen für Gefahr sorgt, einige Freistoßtore erzielt hat in Ingolstadt und der hat 10 Tore gemacht und auch noch einige Vorlagen, das ist schon mal gut, denn hinter sich und Kittel haben dann schon mal zusammen 28 Tore, aber alleine das wird nicht reichen. Man hat noch Winzheimer, was auch okay ist und Trainer Hecking plant ja auch noch wieder mit Bobby Wood, aber da muss man eben auch vorsichtig sein, der hat bis jetzt leider überall, muss man sagen, versagt. Aber warum will ein Trainer, um es mal aus Trainersicht wieder zu schildern, warum sagt ein Trainer, er will diesen Mann hinbekommen? Warum? Weil du als Trainer einfach von dir, von deiner Arbeit überzeugt bist und du bist davon überzeugt, dass du den Spieler mit deinen Maßnahmen, mit deinem Training, vielleicht sogar mit deinen Extraschichten dahin bringst, wo du ihn als Trainer hinhaben willst und wo er der Mannschaft am meisten helfen kann auch, nämlich da eben, dass er Tore macht, dass er die Buden vorne macht. Wie kann das Dieter Hecking schaffen, wie schafft man das? Nun, der Spieler muss auch mitspielen, er muss mental mitspielen. Es reicht nicht nur einfach zu sagen, ja ich will, er muss wirklich diese Mentalität mitbringen, diesen Wille haben, an sich arbeiten, Extraschichten machen, dann kann er aus so einer Krise rauskommen. Er muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben und dann kommt noch auch bei Bobby Wood die Verletzungsvorgeschichte mit dazu, mit den Knieverletzungen und da, das ist auch so eine kleine Gefahr, die ich hier sehe mit dem Kinsombi, denn mit Schienbeinbruch kommt jetzt wieder genesen Kittel, der schon sehr oft verletzt war, schwere Verletzungen hatte, aber man kann ja auch, man muss auch, wenn man wenig Geld hat, wie der HSV, auch solche Risiken eingehen. Wenn man solche Spieler bekommen kann, warum denn nicht, 28 Tore hier, Kittel und Hintersee ist erstmal eine Hausnummer, wenn das beim HSV funktionieren sollte, wäre das natürlich absolut hervorragend. Und dann muss man gucken, wie sieht die Arbeit aus von Dieter Hecking mit den Spielern, kann er die Mannschaft weiterentwickeln, kann er die Spieler entwickeln, das ist ja das auch, für was der Trainer da ist. Dann ist noch ein neuer Co-Trainer geholt worden, Tobias Schweinsteiger, dafür hat man den anderen Co-Trainer rausgeworfen, da hat man den, hat man glaube ich auch wieder noch drei Jahre auf der Payroll, also einfach Mist auch wieder, wie das Management da wieder mit dem Geld vom HSV umgeht. Da hätte man lieber noch einen Spieler geholt für dieses Geld, das Gehalt dann davon bezahlt, anstatt jetzt noch einen Co-Trainer hier wieder zu verpflichten. Nichts gegen den Tobias Schweinsteiger, ist ja ein klangvoller Name, der Dieter Hecking wollte ihn ja auch haben, alles okay. Nun, ich weiß nicht, ob das halt jetzt vom Management her so glücklich war, wieder noch einen Spieler, einen Trainer zu bezahlen, das ist einfach wieder schlecht auch, es hat wieder zu einer schlechten Presse geführt, aber okay, spielt jetzt auch erstmal keine Rolle, aus Trainersicht sind schon ein paar Spieler da, Fein ist noch ausgeliehen worden vom FC Bayern, dann hat man ja die Bochumer und den von St. Pauli und für die Abwehr, naja, also aber insgesamt noch ein schwaches Gebilde, finde ich. Und dann will man ja Pollersbeck loswerden, aber das glaube ich gar nicht, dass der Julian den Verein verlassen wird, höchstens, wenn er sich verbessern kann, nur dann wird er den Verein verlassen, den Eindruck habe ich, er wird seinen Kampf aufnehmen. Also, und Dieter Hecking will ja auch mit drei Torhütern in die Saison gehen, da muss man das abwarten und ansonsten muss man auch gucken, weil der Spielerkader ist im Moment über 32, dann will man noch Rick van Drongelen loswerden, den besten Abwehrspieler überhaupt, das wäre meiner Meinung nach fatal, selbst wenn man da jetzt diesen, von Nürnberg den Abwehrspieler holen will, da hat man wieder noch einen Innenverteidiger mehr, aber dafür will man ja van Drongelen abgeben. Also Everton heißt ja vom 1. FC Nürnberg, mal gucken, ob das klappt, der war aber auch verletzt, sehr lange Zeit am Sündes-Moses-Band, Verletzung gewesen, da hat man alle Spiele gemacht auch, man kauft sehr viel auf Risiko und wenn man van Drongelen wirklich abgeben sollte, dann wäre es eher für mich eine Schwächung, aus Trainersicht. Also das würde ich nicht machen, aber gut, es sind über 30 Spieler auf der Payroll und es müssen noch welche weg, denn Dieter Hecking will ja nur mit knapp mehr als 20 Spielern arbeiten und wenn man sieht, man hat noch Papadopoulos, den man kaum loswerden wird, man hat Steinmann, den hat man schon gesagt, dass er verschwinden kann, auf gut Deutsch gesagt, also man hat vielen Spielern nahegelegt, den Verein zu verlassen, aber die haben erstmal einen Vertrag, die sind am längeren Hebel und ob das dann klappt und wenn man so einen großen Kader hat, dann führt das auch wieder zu Unruhe, wenn man zu oft Belastungssteuerung hat, wie mit Hand, mit Papadopoulos und vielleicht dem einen oder anderen, der dann jetzt wieder noch dazukommt, das führt innerhalb der Mannschaft immer zu Spannungen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aus Trainererfahrung und das wäre einfach für den HSV schlecht, weil der HSV muss einfach mal ein geordnetes Umfeld haben, mal Ruhe reinkriegen, dass die ersten Spieler auch mal gut, dass es sich gut anläuft, das wollen wir dem HSV wünschen, dass Dieter Hecking dann eine glückliche Hand hat und dass es alles reibungslos funktioniert und nicht so viel Unruhe wieder reinkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der ein oder andere aus Trainersicht natürlich auch und für die Fans des HSV noch dazukommt, noch vielleicht qualitativ gute Spieler, mal gucken, was noch passiert, ich halte euch auf den Laufenden, ich hoffe, dass euch dieses kleine Update heute gefallen hat und wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, bitte abonniert den Kanal, damit der sich weiter vergrößert und ich dann noch rausgehen kann und ich werde euch auch noch qualitativ gute Interviews bringen, versprochen. Also bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, euer Oliver.